Zeigen Sie Ihre Papiere. Hier, bitte sehr. Alles klar. Guten Morgen, Herr Jäger. Was gibt's, Carita? Die Papiere, bitte! Augenblick, warten Sie. Aus Frankfurt. Sind Sie Frankfurter? Ja, äh, ein Hotdog. So ein komischer Kalt. Die spinnen die Amis. Hotdog. Die werden sich wundern, wenn wir an der Macht sind. Weiter. Kreta! Bei Fuß! W підstattig! Vielen Dank.